hallo und herzlich willkommen zu let's play battlefield multiplayer modus ja wir spielen heute auf der map 311 modus team deathmatch 100 tickets das heißt es gibt wieder zwei schöne folgen von battlefield 4 ich hoffe ihr seid bis zum ende dabei und genießt mit mir die show dann erst mal ein oder mehrere getroffen da sind auch welche rumgeklettert das habe ich gesehen aber es wäre schön wenn ich überhaupt jetzt erstmal hier in gegner finden würde nix nein ach komm ich wollte doch da hoch mich zu verstecken weil ich nicht gesehen aber egal ja 1 1 direkt mal zu anfang hier 8 zu 14 wieder wieder das bessere team abgekriegt natürlich läuft würde ich sagen ja was ja genau ist richtig dass er mich so weg brezelt mit der usa auf jeden fall genau ist richtig kollege ja genau wo sind die teammates tun überhaupt was mal fragen ob die haben die keine ja genau wir von woanders in mann bartix die junge da will ich gerade einen anderen weg snacken der mir vor meiner linse hergelaufen ist und dann kommt wieder von irgendwo ein anderer bobo und snack nicht halt einfach mal weg ja genau hilfe zählt wenigstens als kill meine güte 17 39 ja wieso auch nicht nur berlin 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 hat 10 0 nix muss aber die gegen angriff jawohl er easy was nutzen gut ist jetzt wenn am ende das team nicht gewinnt ohne spaß kein pfangen irgendwo da war doch jemand einer wurde doch auf der map gekennzeichnet auch da hinten ja genau ist richtig der sitzer die ganze zeit was ist das denn für magge genau 12 0 warm das kann ich mich wir müssen auch mal hier ne wir müssen auch einfach mal ach komm schon ey man ey wow dieser beringen ist tot aber ich habe 7,5 wir liegen gut zurück 41,65 würde ich da so sagen es ist eine gute dass wir da gut zurück liegen ähm aber noch ist nicht alle tage abend auch wenn es schwer wird da was gutes zu kreieren noch mit dem team aber wie sagt man ja so schön die hoffnung stirbt zuletzt tja mal sehen ja genau und jetzt läuft er weg das kann nicht ich kriege es einfach nicht hin auf seinen kopf zu zielen ne ah mist ja oben im chat sind sie wieder am texten ja meine güte ja hälfte ist getan alter mahlzeit hilfe bei kill nein jawohl jawohl berrigan junge bäm hab ich die gegillt ja 9,6 den habe ich schon die ganze Zeit vorhin anvisiert und dann kamen mir wieder zwei andere Leute dazwischen ne ich glaube die Runde ist leider verloren so wie es aussieht im Moment 58 zu 89 59 zu 88 jetzt ist schon ein größerer unterschied würde ich da mal einfach so behaupten ne jo ist richtig junge nicht mit mir spielen du will mich einfach aussperren oh mein gott ey zack nein komm schon ach das war doch ein free kill für mich 66 66 zu 100 verlieren wir verliere ich die erste Runde leider ja die stats sind zwar positiv 11 zu 6 trotzdem haben wir leider verloren mein team und ich und ja ich hoffe ach ne komm da hängt jetzt hier noch eine Runde dran ne also bis gleich so da sind wir auch wieder jetzt geht's rund auf Hainan ja Hainan Resort wieder gegen Baringen 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 keine Ahnung wie der Typ sich nennt ist mir auch relativ lax denn den werde ich jetzt gleich mal wegmauschen als erstes ja wir liegen schon mal 0,3 hinten das ist schon mal ein guter Anfang und ja was auch ein guter Anfang ist dass ich keine Gegner finde ey wahrscheinlich laufen jetzt einmal um die herum kommen jetzt von hier und werden jetzt gleich Heinz sterben ja genau hauptsache er landet kann auch ein Schuss auf mich landen ey wow das war ja das war ja ganz leise mal hier ganz leise jo jo hä ja genau er schießt halt einfach durch die Wand mit dem fetten Ding mit dem fetten Grenade Launcher ist richtig was sind das denn für Teams 15 gegen 11 naja äh ja äh 1-1 ist schon mal äh ja läuft äh gar nicht mal so gut ja genau schon wieder bestimmt dieser Bearing ja das kann doch nicht wahr sein ey was ist das denn für ein Mongo ey nur am rumtuben ey ja genau was ist das was ist das für ein Team Balance ja scheißegal hier ich denke mal deswegen werden wir die Runde auch leider verlieren aber da machst du halt nix ne wenn die Leute selbstständig nicht dazu in der Lage sind mal die Teams von alleine ah zu Auto belexen machst du nix ne ja ja 6-3 jetzt hier mal bisschen paar Leute weggesnackt das kam mir vor wie 10 aber waren doch nur was weiß ich wie viele aber okay 13-30 das sagt ja schon wieder alles hier ne tsch 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 holo gegen tsch obwohl hier kommt wieder Action schon wieder näher das lautstärke Pensum erhöht sich ja Moinset, ich bin hier oben. Ich wusste es. Mann, ey. So ein Idiot, der einfach mal in der Ecke abkämmt, ne. Nix anderes macht. Der steht da nur um Camp da die ganze Zeit, ey. Im Ernst jetzt. Mann, das ist ja wieder unglaublich. Was habe ich mir da bloß für einen Server ausgesucht, ey. Camper Alarm hoch 3000 hier. Ey, hier brauche ich gar nicht langlaufen, ey. Kann ich gleich wieder umdrehen hier. Einmal über die Couch und wieder raus. Ja, ist richtig. Ja, genau, der 9-0. Ja, der schimmelt auch nur da oben ab. Ja, kann ich auch machen. Bewege mich auch jetzt nur noch auf einen Quadratmeter. So, hier, hier killt mich keiner. Hier, so. Die ganze Zeit jetzt nur hier, nicht weiter. Dann kann ich auf jeden Fall sicher gehen, dass ich nicht sterbe. Das ist auch bestimmt dieser Bearing. Merke ich da schon wieder an seinem Rumgetube von dem Hochstuhl. Das kann ich, der hat mich auch von vorne gebessert. Und im Kampf gefallen. Was? Hä? Wie geht das denn? Ach, Korben, hör mir noch auf, ey. Das ist schon drin. 32 zu 67 Tickets. Das ist schon kein großer Unterschied. Nein, nein. Ja, und wieder. Das. Auf was? Auf die Distanz mit der Usas? Im Ernst? Ja, genau, ey. Ist auf jeden Fall richtig. Jo, verstehe ich. Leuchtet ein. Ja, klar. Genau. Wieso auch nicht, ne? Ja, easy. Mann. Stürmen. Stürmen, wegsnacken. Ja, genau. Was ist das denn für ein Affe, ey? Das ist ja unglaublich. Mann, ey. Tja, machst du ja nix. Auch bei Battlefield gibt's Idioten in meinen Augen. Ach, er spielt ja wahrscheinlich einfach nur gut. Ach, scheißegal hier. Ja. Jawohl, hier. Loga hat seinen ersten Death reingedrückt. Hehe. Beste Runde EU-West hier. Ja, da saß keiner. Den wollte ich einfach da aus der Ecke mal rausnecken, hier. Ach, der ist gar nicht mehr in dem Gegner. Doch, das ist er doch. Da. Skipper. Tja, schade, dass er da nicht saß. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich gekillt. Ja, und diese Runde, wie es aussieht, verlieren wir mehr. Ja, genau, ey. Zieh doch mal ab, Junge. Willst du mich verarschen, oder was? Ja, ich war ja nicht die ganze Zeit drauf. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit drauf war. Aber egal. Jo, deutlich verloren die Runde, würde ich sagen. 42 zu 100. Tja. Ne Doppelfolge gehabt und trotzdem zweimal verloren. Leider. Da machst du einfach nix. 10 zu 9 diesmal. Zweimal positiv raufgegangen. Zweimal verloren. Wahrscheinlich muss ich eine negative KD haben, damit mein Team gewinnt. Tja, wir werden es auf jeden Fall mal im nächsten Video sehen. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Und ich bedanke mich für's Zusehen. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi.